Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit & Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig auf die kommenden 20 Minuten, die ich mit Dir teilen darf. Hier in diesem Podcast geht es um ganz viele spannende Themen und zwar rund um das Thema Lebenskraft und dieser Podcast hat nur ein einziges Ziel, Dich in Deine Lebenskraft zu bekommen bzw. Dich zu motivieren, wieder all diese wunderbaren Instrumente in Dein Leben zu integrieren, die Dir helfen können, diese Lebenskraft eben wieder aufzubauen oder wenn Du bereits schon ganz viel davon hast, die auf jeden Fall so lange wie möglich zu erhalten. Bei mir geht es immer um vier Themen, um das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation und heute geht es um dieses Thema Heilung, Gesundheit im übertragenen Sinne, nämlich was die Energiefelder damit zu tun haben. Und ja, dieses Thema ist, finde ich, wichtiger denn je, denn ganz viele Menschen merken gerade so ein bisschen in dieser Corona-Zeit, dass die Energie da draußen jetzt nicht wirklich die beste ist. Und das, was viele Menschen über ihre Intuitionen spüren, das hat die Wissenschaft auch schon ja sehr, sehr häufig belegt. Und ich liebe das ja, diese zwei Teile miteinander zu verbinden, also die Wissenschaft, die Spiritualität, die Gesundheit, aber da gehören natürlich ganz, ganz viele Aspekte dazu. Und ich möchte Dich heute da mal ein bisschen mit reinnehmen, was Energiefelder mit Deiner Gesundheit, mit Deinem Erfolg, mit Deiner Heilung und eben mit Deinem Leben, mit ganz viel Lebenskraft wirklich zu tun hat. Ja, und ich komme gerade, beziehungsweise ich hatte letztes Wochenende ein unfassbar großartiges, tolles Seminar, wo ich auch dieses Thema der Energiefelder in einem anderen Kontext ausprobiert habe. Davon möchte ich Dir unbedingt berichten und zwar am Ende dieses Podcasts. Und so viel kann ich Dir schon mal sagen. Dieses Seminar war ein, ja, absoluter Erfolg. Eine kleine Gruppe von sehr, sehr, sehr fortgeschrittenen Teilnehmern, Teilnehmerinnen, die schon auf mehreren Seminaren von mir waren und die mich immer wieder gefragt haben, Kerstin, wie geht's denn jetzt weiter? Naja, und dann habe ich natürlich auch diesen Impuls, Dinge zu tun, die ich im Vorfeld noch nie ausprobiert habe. Und das mache ich dann mit so ganz fortgeschrittenen Gruppen. Und gerade letztes Wochenende war so ein besonderes Seminar mit dieser ganz besonderen Gruppe. Und um Dir so viel schon mal zu erzählen, weil wie gesagt, am Ende des Podcasts erzähle ich Dir noch ein bisschen tiefer, was da wirklich passiert ist. Ich habe zum ersten Mal bei diesem Seminar ein sogenanntes Heilenergiefeld aufgebaut. Und ja, da gab es zwei absolute Durchbrüche, aber dazu ein bisschen später mehr. Ja, und wie läuft das jetzt eigentlich mit diesen Energiefeldern? Und was ich so faszinierend finde, ist dann also auch wirklich die Wissenschaft, die sich damit seit vielen Jahren beschäftigt. Und da gibt es eine Universität. Und zwar, das ist die Universität in Princeton. Und da gibt es einen ganz besonderen Wissenschaftler, und zwar Professor Roger D. Nelson. Den erwähne ich im Übrigen auch immer in meinen Intensivseminaren und zeige da eben auch Filmchen dazu. Und dieser Professor Roger D. Nelson von der Universität in Princeton, der hat sich immer wieder die Frage gestellt mit seinem Team von über 100 Forschern, also es ist nicht nur er alleine. Kann man denn nachweisen, dass wir alle über ein Energiefeld miteinander verbunden sind? Und vor allen Dingen verändert sich dieses Energiefeld durch bestimmte Ereignisse im Außen. Und dieses Projekt, was in Princeton quasi über diese Forscher ins Leben gerufen worden ist, heißt Global Consciousness Project. Und das kannst du nachlesen, kannst du auch im Internet googeln. Und was die dann gemacht haben, die haben seit 1998 und zwar auf der ganzen Welt Messinstrumente platziert, sogenannte Dioden. Das sind Zufallsgeneratoren, die nichts anderes machen, als unabhängig voneinander, ich sag jetzt mal Frequenzen zu messen. Und die sind natürlich alle über das Internet miteinander verbunden und die messen rund um den Erdball und zwar wirklich jeden Tag, 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche, messen die die Energie auf unserem Planeten. Und das sind Zufallsgeneratoren. Also die haben bestimmte, ich sag jetzt mal Kodierungen. Und wenn also dann wirklich etwas extrem abweicht, also bei allen Zufallsgeneratoren, das heißt, wenn eine normale Messung die ganze Zeit stattgefunden hat und der Wert war immer bei 1 und auf einmal ist der Wert bei all diesen Zufallsgeneratoren bei 2, bei 3 oder bei 4 und das bei allen, dann können die Wissenschaftler also auch genau sagen, hier ist irgendetwas komplett anders. Und diese Dioden, die kann man im Übrigen auch in Echtzeit sich angucken auf der Homepage von Princeton, das kannst du auch mal machen, kannst du mal googeln, dann siehst du in Echtzeit, wie die quasi, ja, die Daten mehr oder minder über verschiedene Messzahlen eben weitergeben. Und das kann man eben auch live einsehen. Ja, und dieser wunderbare Professor, dieser Roger D. Nelson, den ich super gerne mal in meinem Podcast hätte, also wenn du den kennen solltest, ja, dann schreib mir mal, dann würde ich mich riesig freuen, mit dem Kontakt aufnehmen zu können, weil ich finde solche Leute ja immer so ultra spannend. Und der ist eben mit seinem Team dieser Frage nachgegangen. So, und was ist dann passiert? Also die haben permanent um den gesamten Erdball diese ganzen Energiefelder gemessen. Und die krassesten Ausschläge, die sind entstanden und zwar bei dem Terroranschlag zum Beispiel 9-11, kannst du dich noch dran erinnern? Wenn du jetzt sehr, sehr jung bist, dann weißt du es vielleicht aus der Zeitung oder du weißt es vielleicht von den Erzählungen von deinen Eltern oder wie auch immer. Aber das war ja schon so ein Ereignis, was unglaublich war. Ja, und ich kann mich auch noch gut an diesen Moment erinnern, wie ich völlig geschockt auf den Fernseher geschaut habe, als dieses zweite Flugzeug da in diesen Tower gedonnert ist, ja. Wo aber die Ausschläge auch extrem waren bei diesen Dioden, also bei diesen Zufallsgeneratoren, war zum Beispiel bei der Beerdigung von Lady Di oder auch bei der Wahl zum Präsidenten von Barack Obama. Und das alles wurde wissenschaftlich überprüft, festgestellt und hier gab es ganz, ganz klare Abweichungen vom normalen Standard. Und das Faszinierende ist das, was wir doch alle schon über viele, viele Jahre gespürt haben und immer noch spüren, dass wenn eine Gruppe von Menschen zusammenkommt, die positive oder vielleicht auch negative Emotionen haben, dass sich das auf jeden von uns immer auswirkt. Und es gibt auch tolle Untersuchungen von Wissenschaftlern, die kranke Mäuse in eine Gruppe von gesunden Mäusen gesteckt haben, also eine kranke Maus zu einer Gruppe von ganz vielen gesunden Mäusen. Hier sind die Wahrscheinlichkeiten, dass diese kranke Maus wieder ganz schnell gesund wird, extrem hoch. Umgekehrt ist es aber auch so, dass in dem Moment, wo du eben eine gesunde Maus in eine Gruppe bringst, wo nur kranke Mäuse sind, dann wird die sehr, sehr schnell krank. Und es gibt auch mittlerweile Untersuchungen und Studien, dass selbst Bilder, Farben und das kennst du auch alles, ja, also dass alleine schon, wenn ein Krankenhausbett mit dem Blick raus in den Wald, in den Garten so platziert worden ist, also dass der Patient rausschauen kann, wird der um 40, 50 Prozent gesünder, als wenn der diesen Blick nicht hat. Das alles ist Energie, um dich da nochmal ein bisschen reinzuholen, um dich zu motivieren, da auch wirklich nicht nur an das zu glauben, was du siehst, sondern eigentlich ist das, was wir nicht sehen, die eigentliche Realität. Und um nochmal auf dieses Global Consciousness Project zurückzukommen und was es vor allen Dingen auch mit dir zu tun hat, ist, dass dieser Professor Roger Nelson auch festgestellt hat, dass zum Beispiel bei dem Brand vom Notre Dame, dass auch da diese Dioden extrem ausgeschlagen haben. Das heißt, es muss nicht nur ein Ereignis sein, was die ganze Welt in die Schockstarre versetzt, wie zum Beispiel bei dem Terroranschlag 9-11, sondern das können auch in Anführungszeichen kleinere Aktionen sein, wie zum Beispiel damals der Brand vom Notre Dame. Und das waren jetzt alles so ein bisschen, naja, ich würde mal sagen, fast Negativbeispiele, aber es gibt natürlich auch die absoluten Positivbeispiele. Und das sind diese Friedensmeditationen, ja, die überall stattgefunden haben, auch ja von ganz, ganz vielen, die das initiiert haben. Ja, Maharishi ist so jemand, ne, das ist das Maharishi-Experiment, habe ich ja auch schon in meinem Podcast von berichtet, der also dann gezielt Mönche platziert hat, die also jeden Tag meditiert haben in Gebieten, wo extrem viel Gewalt war, wo dann die Kriminalitätsraten komplett um 30, 40, 50 Prozent runtergegangen sind. Das kannst du auch alles googeln. Und warum ist das jetzt so wichtig? Was hat das mit dir, mit deinem Erfolg, mit deiner Gesundheit, mit deiner Heilung zu tun? Das will ich dir kurz aufzeigen. Denn du bist nicht isoliert, getrennt von deinen Mitmenschen. Und du hast wie kleine Mini-Energiefelder, wo du jeden Tag bist. Jeden Tag. Ob das bei deiner Arbeit ist, in deiner Familie, mit deinen Freunden, beim Einkaufen, egal wo du bist, du hast überall diese kleinen Energiefelder. Und wie wäre es denn, wenn du dich mit Menschen umgibst und ganz bewusst darauf achtest, dass du dich eben auch zu Hause, dort wo du die Wahlfreiheit hast, nicht in ein Energiefeld einlockst, was negativ ist. Und ich will dir das nochmal kurz erklären, denn es gibt in der Physik keinen Raum und Zeit. Das ist ein Konstrukt, was wir uns irgendwann aufgebaut haben. Das ist schon längst überholt. Und in dem Moment, wo du dir eine Talksendung anschaust und dort wird zum wiederholten Male von Horrorszenarien über Corona und Co. gesprochen, was alles wie passieren kann. Was glaubst du, in was für ein Energiefeld du dich da einlockst? In ein positives oder in ein negatives? Ja, ganz richtig, in ein negatives. Jedes Buch, was du liest, was immer nur um all die negativen Dinge sich dreht. Kriegsberichte, Horrorfilme, Krimis. Du bist jedes Mal in diesem Energiefeld drin, wo gerade die Energie groß gemacht wird. Und wenn du jetzt die Nase rümpfst und sagst, ja Kerstin, dann kann ich das ja alles gar nicht mehr lesen oder ich kann mir das alles gar nicht mehr anschauen. Das kannst du schon. Nur wenn du gesünder werden willst, wenn du mehr Heilung haben willst in deinem Körper, wenn du mehr Erfolg haben willst, dann beschäftige dich mit dem, was du wirklich in dein Leben ziehen willst und nicht mit dem, was du nicht haben willst. Denn spätestens durch diese Ereignisse, die gemessen worden sind über das Global Consciousness Project und viele, viele, viele andere wissenschaftliche Untersuchungen auch, ist klar, dass wenn eine bestimmte Masse an Menschen, also eine Gruppe von Menschen zusammenkommt, die eine Intention hat und du hast die gleiche Intention, weil du dir parallel dazu über das gleiche Thema einen Film anschaust, über die gleiche Energie einen Bericht dir reinziehst oder wieder bei irgendeinem Talk-Ding mit dabei bist, dann wirst du diese Energie genauso in diesem Bereich größer machen und bist ein Teil von allem. Und weißt du, als mir das bewusst geworden ist, da ist was passiert, dann habe ich nicht nur aufgrund die Energiefolg der Aufmerksamkeit immer mehr Bücher gelesen und immer mehr Workshops besucht von Bewusstseinsforschern, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt haben, wie zum Beispiel auch der Bewusstseinsforscherin Leung McTargett, sondern ich wurde noch aufmerksamer und habe ganz bewusst mir angeschaut, mit welchen Menschen umgebe ich mich, welches Energiefeld baue ich in meinen Seminaren auf und wo machst du den Unterschied jeden Tag in deinem Leben, weil du dich eben anders verhältst, auch zu anderen Menschen, weil du hast ja jeden Tag eine Energie, die eben auch du aufbaust und dich dann in ein großes Feld, je nachdem was du für eine Energie hast, in dem Fall eben auch einloggst. Und was wäre denn, wenn du jetzt ganz besonders darauf achtest, eben auch die Menschen groß zu machen, die an dem gleichen Strang ziehen wie du, dass du über positive Dinge dich unterhältst, dass wenn du ja deine Heilung innerlich erzeugen möchtest, eben auch über Heilung sprichst und nicht nur über Krankheit, wenn du Erfolg in dein Leben ziehen möchtest, dass du über Erfolg sprichst und zwar mit den Menschen, die genau da sind, wo du hin möchtest, auch was das Thema Gesundheit betrifft und so weiter. Also unterschätze das nicht, das ist unfassbar wichtig. Und mach doch mal eins, mach doch mal ein Energieprotokoll und schreib einfach mal in dieses Energieprotokoll auf, in welche Energiefelder du dich jeden Tag eingeklinkt oder eingenockt hast. Und um dich da nochmal reinzuholen, wenn du am Tag fünfmal die Zeitung gelesen hast und irgendwelche Medien dir reingezogen hast, ob jetzt bei Instagram oder bei Telegram, bei Facebook, bei der Tagesschau oder bei irgendetwas anderem. Dort, wo du die Energie hinlängst, dort machst du die Energie größer. Und der Energie ist es komplett egal, ob es sich hierbei um Corona und den absolut negativen Folgen davon handelt, ob es sich darum handelt, dass irgendwie jetzt übermorgen der Weltuntergang kommt oder im umgekehrten Sinne, dass du dich mit bejahenden Dingen auseinandersetzt, mit Dankbarkeit, mit Freude, mit Glück, mit Heilung, mit Erfolg, mit Menschen auf Augenhöhe, mit Menschen, die eben auch das Herz offen haben und sich über die Dinge unterhalten, die dich innerlich groß machen und wo auch du andere Menschen groß werden lässt. Und das ist genau das, was wir jeden Tag haben, die Wahl, uns zu entscheiden, welche Energiefelder wir schlussendlich groß machen. Ja, und nachdem ich diese ganzen Bücher auch von Lynn McTargett gelesen habe und wie gesagt, sie auch schon erlebt habe auf Kongressen und so weiter, hat sie auch immer wieder in ihren Forschungsergebnissen von einer Sache berichtet und sie hat gesagt, wenn eine kleine Gruppe zusammenkommt von Menschen und das müssen mindestens acht sein. Das ist quasi ein bisschen die magische Acht, das war ihr, ja, oder eine ihrer Ergebnisse von ihren über viele, viele Jahre praktizierten Forschungen. Und diese Gruppe hat eine gleiche Intention, also das heißt eine gleiche Absicht. Dann wirkt sich das auf alle in der Gruppe unmittelbar aus und wenn man diese Intention, diese Absicht auf eine bestimmte Person in der Gruppe lenkt, auch ganz intensiv auf diese eine Person. Und Lynn McTargett hat diese sogenannten Healing Sessions, also Healing ist ein anderes Wort für Heilung, also im Englischen. Und da war quasi eine Person, die hatte einen Wunsch, mehr Erfolg, mehr Heilung, eine neue Partnerschaft, was auch immer. Und die Gruppe hat die gleiche Intention, also die Absicht über eine bestimmte Healing Session, die pro Person ungefähr so 10 bis 15 Minuten dauert und zwar genau dort groß gemacht, wo sie eben auch wirkt, über dieses Energiefeld und über die gemeinsame Intention. Und genau das, wie ich es am Anfang erzählt habe, habe ich gemacht zum ersten Mal im Übrigen mit einer wunderbaren Gruppe von Menschen, die alle ganz weit offen sind für ein Bewusstsein. Ich kann dir jetzt schon sagen, das sind weder Esoteriker, noch sind das irgendwelche Hardcore-Spirituellen, das sind Geschäftsleute, das sind Unternehmer, das sind Menschen mit einem offenen Bewusstsein, mit einem offenen Geist, die einfach ja ein Mindset haben, ein Bewusstsein, was über das einer Kaffeetasse hinausgeht. Und das ist der ganz große Unterschied, denn wenn du dich irgendwann mit der Quantenphysik und mit all diesen ganzen Bewusstseinsforschern beschäftigt hast, dann wirst du irgendwann erkennen, dass die Frequenz, die Information, die Schwingung ist, das heilt, das wirklich den Unterschied macht. Ja, und was soll ich sagen? Das war eine unfassbare Erfahrung. Also wir haben bei diesem Seminar wirklich ganz am Ende diese, ja, Energiesessions gemacht und da gab es zwei unglaubliche Durchbrüche. Und diese Durchbrüche kamen bei zwei Männern, beides Unternehmer. Und warum sage ich das? Weil gerade Männer diese Dinge so ein bisschen vor sich her schieben und sagen, glaub ich nicht dran und ist nichts für mich und so weiter. Und was wäre denn, wenn du einfach für dich mal diesen Raum im Kopf zulässt, dass diese Energiefelder jeden Tag für dich arbeiten oder gegen dich? Und im Übrigen, wenn du dir schon mal überlegt hast, und das habe ich ja auch schon ganz, ganz häufig in diesem Podcast beschrieben, dass jede einzelne Zelle in deinem Körper, also sowohl die Zelle in der Leber, wie auch die Zelle im Knochen, wie auch die Zelle im Finger enthält das gleiche genetische Material. Woher weiß der Finger, dass er ein Finger ist, die Leber, dass er eine Leber ist und die Knochenzelle, dass er eine Knochenzelle ist? Und warum hört der Finger nicht auf zu wachsen, wenn du dich zum Beispiel geschnitten hast? Und die Wissenschaft weiß heute, dass es nicht die Genetik ist in dem Moment, die aus sich heraus das Ganze macht, sondern es muss ein Feld sein, was eine Information enthält, das in dem Moment die Zelle mobilisiert, genau den Teil von der genetischen Kodierung abzulesen, die in dem Fall für die Leber zuständig ist oder für den Finger oder für die Knochenzelle. Und das sind die sogenannten morphogenetischen Felder. Ja, du siehst, es ist ein spannendes Thema und ich wünsche mir für dich, dass du erkennst, dass alles in deinem Leben drumherum größer oder kleiner wird durch die Aufmerksamkeit, die du der Sache schenkst. Und wenn du jetzt den Unterschied machst und veränderst deine Energie, du fängst an, über die Dinge zu reden, die du haben möchtest, du fängst an, die Filme zu schauen, die dich innerlich bestärken, du fängst an, dich mit den Politikern zu beschäftigen, die dir erzählen, dass du deine Immunabwehr selbst stärken kannst und du kein schwaches, ja, ich sag jetzt mal Wesen bist, was irgendwie nicht imstande ist, dich zu wehren. Beschäftige dich mit den Dingen in deinem Leben, die du wirklich willst und dann wirst du das wie ein Magnet in dein Leben ziehen. Ja, und ich wünsche dir von ganzem Herzen wirklich nur das Allerallerbeste. Fokussier dich auf Heilung, wenn du Heilung möchtest. Fokussier dich auf Erfolg, wenn du Erfolg möchtest und fokussier dich auf das Thema Gesundheit, wenn du gesünder werden möchtest. Und da macht die Energie richtig groß, dann ziehst du das auch wie ein Magnet in dein Leben. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast an all die Menschen da draußen teilst, die mehr haben wollen vom Leben. Schreib mir gerne, wie dir der Podcast gefallen hat. Bewerte mich super, super gerne, auch gerne schriftlich bei iTunes. Da würdest du mir einen riesen Gefallen tun, dass ich in der weiten Welt der Podcaster auch gefunden werde. Ja, und ich bedanke mich von ganzem Herzen bei dir, dass du diesen Podcast hörst. Wünsche dir einen wunderschönen Tag und alles, alles Liebe für dich, deine Kerstin. Wünsche dir einen wunderschönen Tag und alles, alles Liebe für dich, deine Kerstin. Wünsche dir einen wunderschönen Tag und alles, alles Liebe für dich, deine Kerstin. Wünsche dir einen wunderschönen Tag und alles, alles Liebe für dich, deine Kerstin. Wünsche dir einen wunderschönen Tag und alles, alles Liebe für dich, deine Kerstin.